Hallo zusammen! 2000 Views! Und das in knapp 4 Tagen. Mit dem hätte ich nicht gerechnet. Vielen Dank fürs Zuschauen und auch fürs Teilen von meinem Zermatt Video. Jetzt gibt es aber bekanntlich auch noch die TWIST Video Community. Was ist hier der Hintergrund? Ich habe mir überlegt, solche wie mich gibt es ganz viele in der Schweiz. Wir investieren Zeit, Leidenschaft, etwas herzustellen. Egal ob Anfänger oder Profi. Es ist immer schön, wenn andere Leute das betrachten können, was man produziert. Eine Plattform, wo Vlogger, Blogger, YouTuber, Reisevideoberichterstatter, Drohnenflieger, was auch immer, aus der Schweiz irgendwo zusammenkommen und ihre Sachen teilen können. jetzt venst du gerne zuzent. 그런�ersatz unter también je wovend du Englisch ihr Bis zum nächsten Mal.